Guten Tag und hallo meine lieben Freunde, ich hoffe, dass das neue Jahr gut für euch begonnen hat. Aber jetzt mal ehrlich, combien de poids avez-vous pris pendant les fêtes? J'ai pris 2 kilos, mais dans ce cas là, la seule chose qui puisse m'aider, c'est faire du sport. Sport hiver. La question est, qu'est-ce qu'on fait premièrement? Faire du sport ou apprendre l'allemand? Beginnen wir ganz gemütlich mit unserer 13. Lektion. A la demande générale, je vais donc préparer mes lésons de manière plus thematique. Et c'est pourquoi notre sujet d'aujourd'hui est sportiver et régime alimentaire. Vokabel Der Schneemann Der Schneeball Wintersport Skifahren Eislaufen Sätze Mein Bruder ist sehr dick, aber meine Schwester ist schlank. Mein Bruder ist sehr dick, aber meine Schwester ist schlank. Deine Freundin sieht wirklich gut aus. Deine Freundin sieht wirklich gut aus. Du solltest eine Diät machen. Du solltest eine Diät machen. Dialog Welche Hobbys hast du? Welche Hobbys hast du? Ich betreibe gerne Sport. Ich betreibe gerne Sport. Was ist deine Lieblingssportart? Was ist deine Lieblingssportart? Skifahren Aber ich gehe auch sehr gerne Eislaufen. Skifahren Aber ich gehe auch sehr gerne Eislaufen. Tatsächlich Ich hasse den Winter. Da ist es immer sehr kalt. Tatsächlich Ich hasse den Winter. Da ist es immer sehr kalt. Betreibst du im Winter keinen Sport? Betreibst du im Winter keinen Sport? Gute Idee Gute Idee Ich habe Ich habe Du hast Er Sie Es Hat Wir Haben Ihr habt Sie haben Sie haben sein sein Ich bin Du bist Er Sie Es ist Wir sind Ihr seid Sie sind Sie sind Aufgabe Dativ oder Akkusativ S'il vous plait remplissez les lettres manquantes So Jetzt aber nichts wie raus Sport betreiben Quel Dommage Aujourd'hui sera un jour merveilleux pour une promenade hivernale à travers Vier Mais comme je veux perdre du poids, je préfère faire du ski. Oui, oui, vous pouvez vraiment faire du ski à Vienne. Par exemple, à la rue vanne, je préfère faire du ski. Oui, oui, vous pouvez vraiment faire du ski à Vienne. Par exemple, à la rue vanne, je préfère faire du ski à Vienne. Vienne Vendant 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 Vu さん Vendant Vendant te Vendant me L�� Sous-Ưücken Blöd, oder? Los geht's! Ich will Schi-Shi-Shi-Shi-Shi fahren, durch den tiefen Wind am weißen Pulverschnee. Ich will Schi-Shi-Shi-Shi fahren, wenn ich hoch am Kippel stehe. Und dann geht's runter runter, und wieder steil bergab. Und dann noch einmal hinunter, rauf und runter, rauf und runter und hinauf. Uff, uff, anstrengend! Ich glaube, ich werde lieber Eislaufen gehen. Wiener Eislaufen Non seulement, c'est possible de patiner sur la place de la Wiener Eislaufenrhein, qui n'est pas loin de la station de métro Stadtpark, mais aussi au cœur de Vienne, sur la Rathausplatz. Cette année, vous pouvez faire du patinage à partir du 21 janvier au 6 mars. Le terrain couvre une surface incroyable de 6000 m². L'entrée coûte 6 €. Et bien sûr, il y a aussi une location d'équipement. Nathan, wünsche mir Glück! Wir tanzen und schweben übers hauchdünne Eis. Genießen das Leben im Schneekaltenweiß. Wir schreiten und gleiten übers hauchdünne Eis. Wie gläserne Engel, drehen wir uns im Kreis. Wie gläserne Engel, drehen wir uns im Kreis. Autsch, meine Beine! Ich glaube, ich werde etwas Neues probieren. Snowboarden! Sur la pente, hohe Wandwiese, vous pouvez aussi faire du snowboard. Oh mon Dieu! Cela semble vraiment dangereux. Qu'importe, je veux essayer et j'ai désespérément besoin de snowboard. Oh oh! Das könnte etwas schmerzhaft werden. Warum kann ich nichts machen? Warum stelle ich mich so hell an? So schwer kann's doch nicht sein. Oh, ich bin das recht gemein. Warum? Warum? responders PHOIC Oh genau. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich brauche jetzt unbedingt eine Pause. Ah, Curling, aussi interessant. Cela ne semble pas particulièrement difficile, mais je pense qu'on doit vraiment se concentrer. Pas mal. Jedoch anderen beim Sport so zu sehen ist immer langweilig. Aber man kann auch abnehmen indem man mit seinem Haustier spielt. De quoi avons-nous besoin? Ruck the dog! 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 Mir ist heiß und ich schwitze. Aber ich habe jetzt eine noch bessere Idee. Pour ça, je n'ai besoin que de cela. Schnee! Lass uns n'n Schneemann bauen, lass uns n'n Schneemann bauen, mit rotem Blut und blauen Augen. Mit einem Mund, der lacht und alle glücklich macht, und einer langen, 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 langen Gase. Lass uns n'n Schneemann bauen, lass uns n'n Schneemann bauen, mit rotem Blut und blauen Augen. Mit einem Mund, der lacht und alle glücklich macht, und einer langen, 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 langen Gase. Richtig, es ist ein Schneemann. So, und jetzt kann ich mich beruhigt auf die Waage stellen, denn ich habe bestimmt zwei Kilo abgenommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba. Ja, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba. Ja, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. recogniseση IX.